Kommt Jungs rein! Wir hatten bezüglich Stadion fast ein bisschen komplex. Das Gebäude wird sicher Luzern und den Sport prägen, das ist glaube ich. Ich war Vorbild für meine Spiele und sie haben gesehen, dass man durch Arbeit, durch viel Arbeit, auch erfolgreich ist. Luzern bedeutet mir eigentlich alles, weil sie mir den Weg entgegnet, damit ich später Berufskussballer werden kann. Er will aus den Besten eigentlich die Allerbesten herausnehmen und dann die Möglichkeit geben, sich in der ersten Mannschaft durchzusetzen. Ich bin sehr erfordernd. Erfordernd, dass sie auch Präzision und Qualität flangen. Das Ziel muss sein, dass wir regelmässig europäisch spielen können. Die Allerbesten Die Allerbesten Die Allerbesten Die Allerbesten Die Allerbesten